Ich bin Engel. Geht's auch lauter? Und Vorträge sind nicht gerade mein Ding. Nächstes Mal mehr Glück. Das war eine Katastrophe. Und plötzlich, als ich dachte, schlimmer kann's nicht werden, bekam ich eine besondere Kraft. Ich wünsche, dass mein Zimmer aufgeräumt wird. Was ist denn hier los? Aber zum Wünschen gehört eine große Verantwortung. Sollte ich mit dem Wünschen nicht etwas tun? Wir tun doch etwas damit. Du wolltest mir wünschen, dass ich gut reiten kann. Also, du kannst Wünsche wahr werden lassen? Ist das wirklich so? Es ist doch super nervig, wenn man andauernd herumkommandiert wird. Du erträgst es einfach nicht, dass ich dir jetzt sagen kann, wo's lang geht. Keishe! Ich wünsche, dass ich genauso cool aussehe wie Britt. Tschüss, Keishe mit dem Aua-Ärmchen. Schätzchen, ich wünsche dir viel Spaß, aber mach keinen Unsinn. Ja! Sorge! Ich wünsche dir viel Spaß, aber ich wünsche dir viel Spaß. Oh, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Komm, wir warten und ich mit dem Aua-Ärmchen. Ich komme dir hinterherbergen. Dichter bei. Ich gefe dir bei diesem Watson. Komm, dich richtig bei mir selbst. Hey, Liebes. Wie geht's dir? Ganz prima. Ja, prima. Wir haben alles im Griff.